Schnell aufreissen, rein essen und losfahren. Wir entwickeln Riegel zusammen, das ist so cool. Das ist etwas, was für mich im Alltag sehr wichtig ist. Das sind unsere Produktepalette, unsere Spielweisen, Kakaopulver. Das sind Sauerkirsche, die trocknet sich einfach, oder? Genau. Und ich freue mich natürlich mega, einen Riegel zu haben, wo ich weiss, was drin ist. Du bist jetzt beim Shopping? Ja, ich bin schon beim Shopping gelandet. Ich fände mega spannend zu sehen, wie einer wäre, Marzipans, Wurkirsch und Schokini, Schokinix. Also die, die, Schokinix? Beides, oder? So, Marlene. Wow! Ich habe sechs verschiedene Regeln. Die sehen so lecker aus. Ich habe noch nicht alle probiert. Die waren noch warm und jetzt habe ich abgewartet und wollte das Erlebnis mit dir erleben. Das ist fein. Schokischok. Schokischok ist immer fein. Angela H stand. Das ist das Gewinne-Lehnken. incl. Gramen von